Guten Morgen Leute, der letzte Tag, bzw. eigentlich ist es sogar schon vorbei, weil das nachher Video habt ihr jetzt schon gesehen, gerade eben zum Anfang und im Intro und jetzt zeige ich euch noch mal das gerade gleich im Vergleich. Ja, jetzt habt ihr direkt den ganzen Vergleich gesehen, für mich steht jetzt noch an, ins Training gehen und dann werden die Videos geschnitten und dann geht das Ganze auch schon morgen online. Wir haben jetzt Sonntag, Sonntag, den 28. Juli und ja, das Ganze geht dann morgen schon online und dann könnt ihr morgen schon alles sehen. Das Wetter ist nicht mehr heiß hier, eigentlich alles perfekt jetzt, es regnet draußen, naja. Und ja, ich mache mich jetzt mal ready fürs Training und nehme euch dann nochmal mit über den Tag jetzt und übers Training und erzähle euch so ein bisschen noch zu ein paar Insights und ja, dann gucken wir mal, was hier beim letzten Video ist. Ja Leute, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass die Diät jetzt schon vorbei ist. Wenn man so zwei Wochen das Ganze mal eben ratzfatz macht, ist es schon anstrengend, muss ich sagen. Ich fand es ganz cool, mal wieder zu vloggen. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr euch mehr Vlogs wünscht. Dann konzentriere ich mich auch mehr darauf nochmal und werde dann auch nochmal ein bisschen besser und hol mir vielleicht noch eine bessere Vlogging Cam und so. So, ab geht. Früher, mit so den ersten Diät-Challenges, mit Steve noch zusammen, immer diese Jacke getragen. Ich muss immer, jedes Mal dran denken, wenn ich die trage. Hey, Steve, falls du, ich weiß, du guckst meine Videos gar nicht, aber die Leute kennen dich und jeder, der das Video sieht, schreibt mal dem Steve, er soll mal mit mir wieder ein Video machen. Um ein bisschen zu motivieren. Hashtag Steve ist wieder da. Das Lied, Call You Tonight von Jonta Austin. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Ich habe sogar eine Choreo auf dem Exzellen Crew Kanal Channel. Von ganz, 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 ganz früher. Aber, ähm, mega schönes Lied und, äh, bedeutet mir auf jeden Fall auch emotional mega viel. Ich müsste eigentlich mal auch so ein Music-Playlist-Video machen. Wäre eigentlich gar nicht verkehrt. Naja, fahren wir jetzt mal ab ins Gym im Regen und, äh, ich melde mich gleich bald. Wie entspannt es einfach ist. Boah, immer noch ein bisschen erkältet, der Husten geht einfach nicht weg. Aber richtig entspannt. Es ist kein Mensch in der Stadt irgendwie. Richtig tote Hose. So Leute, wir haben es geschafft. Ja, ähm, ihr habt selber gesehen, in zwei Wochen ist schon einiges möglich, was man so machen kann. Ähm, für eine Diät, und man kann in zwei Wochen noch ein Sixpack haben. Aber, man muss natürlich bedenken, es kommt auf eure Ausgangsposition an, ja. Also, ich hatte eh schon jetzt nicht den überkrassen Körperfettanteil. So, dass ich, ja, ist natürlich ein bisschen leichter hab. Aber, wenn man halt nicht so viel Körperfett hat und den letzten Schliff haben möchte, dann ist schon in zwei Wochen viel möglich. Und, das wollte ich euch einfach zeigen. Ich wollte euch so ein bisschen zeigen, wie ich das Ganze mache. Und, wie das Ganze so funktioniert. Und, für mich geht's jetzt hier an den Schnitt der letzten zwei Videos und an den Upload, dass das Ganze morgen, ähm, pünktlich online ist. Und, ihr das verfolgen könnt. Ähm, ganz wichtig, die, ihr habt jetzt alles schon gesehen, die Bodygoals-Reihe lief natürlich weiter. Weil einige von euch da, ähm, Woche für Woche, ja, dabei bleiben. Und, boah, das geht jetzt hier ganz zur Zeit los, äh. Ähm, ja, Woche für Woche dabei sind. Und das Ganze verfolgen. Und, das halt auch für ihr Training und ihre Diät und so weiter nutzen. Und, die Leute möchte ich, wollte ich natürlich weiterhin mit Informationen versorgen. Dass sie, ähm, weiter dabei sind. Und, sich keine Sorgen machen müssen, dass nicht jede Woche was Neues kommt. Ähm, für alle anderen, die haben jetzt das Ganze hier verfolgt, hat mich sehr gefreut für alle, die, ähm, ähm, ja, weiter dabei gewesen sind und mit am Start waren. Schreibt gerne alles Mögliche an Fragen in die Kommentare. Ich werde das alles in weiteren Videos beantworten. Und es gab ja ein Six-Pack-Guide. Und, jetzt gebe ich noch ein Versprechen, wenn wir die 1000 Abos knacken hier auf YouTube, dann werde ich das ganze Six-Pack-Programm mit Trainingsplänen, Ernährungsplänen, Videos, ähm, für Training, für Ernährung, für alles. Ihr werdet rundum-Paket kostenlos raushauen. Das heißt, ihr werdet dann in meinem Special, 1000 Abos Special, ein Video, ähm, sehen. Und, in diesem Video, ist dann am Ende ein Link unten drunter. Und da könnt ihr das ganze Programm euch dann kostenlos ziehen. Also, an alle User hier, die noch kein Abo da gelassen habt, Leute, stellt euch mal kurz ein, äh, Account, abonniert den Kanal. Das würde mich sehr unterstützen und helfen. Und, ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Vielen Dank.